Er ist länger auf der Insel als alle anderen. Ich hab ihn kennengelernt, als ich zwölf Jahre alt war. Richard sah damals genauso aus wie heute. Richard Alpert altert nicht. Willst du ein Geheimnis hören, Jack? Etwas, das ich schon sehr lange weiß? Kommenden Donnerstag werden alle Geheimnisse um ihn und diesen verfluchten Ort endlich enthüllt. Lost, die finale Staffel in Doppelfolgen. Am Donnerstag ab 23.05 Uhr bei Kabel 1. Spannende Donnerstag.